Was ist denn mit der Nahrung? Karrie gelandet Karrie gelandet Fahrzeug im Norden kommt die Straße entlang Beziehungsweise den Feldweg Er hat abgebogen Ok Jan Ader, soweit wie möglich bitte Schalllämper so rauf, nach Landung und Umsicherung aufbauen ums Gebäude Siehme ist gelandet, KFU Touchdown Tschüss Ron Da ist ne grüne Markierung, zwischen Teufelschloss und unserem Zielgebiet, da ist Nachschub Ok, alles klar Bitte schaffst du erstes Ziel, Teufelschloss, um da überblick über die Lage zu geregeln Geben, ich mache Frau Heidel, die Wache im Auge, noch keine Feuererlaubnis Check Das geht Das geht Das geht Wie geht Bitte? Bitte? Zwei Kontakte links Ja, bekämpft Übernehmen die Sicherung links Ja, sieben die Sicherung links Ok, dann die Flashback rein Rechte Eingang sauber Ja, bestätigt Ich bin da nix, erst im Gras, rechts Ja, rechts irgendwo im Gras Äh, fünf bitte zu vier Ja Glaub ich hab da durchgeschossen Bleib bitte bei mir, ja Ich bin hier in die Kreuz, die ist hoch Achtung, rechts ist einer, ja? Pass auf Ja Ja, der leuchtet grad in die Richtung hier Ja Ich glaube, sie ist jetzt zuerst zu safe halten oder rechts Ist ok, wir gehen nochmal zurück Ja Aber letztes Mal hatten wir auch schon Ein Feind im Gebäude ausgeschaltet Ja Team Root, hier D8 Fein ausgeschaltet Gotts Ich hab schon Kontakte bekämpft Christopher down Ja, verstehe dich, wir sind rückseite der Hütte Ja, bestätig, ich übernehme die Sicherung der Hütte So, Töniki dran an mich Ja, also ich kann durch die Fenster nichts erkennen, jetzt kommt kein rein Ja, Hütte GLIA 14 ausgeschaltet Haben wir noch einen Sunny? So wahrscheinlich, wir kümmern uns um, wir flankieren rechts Oder? Negativ Also haben beide Sunnys gerade einen Totalausfall, das ist schlecht Verbinde rechten Arm Verbinde rechtes Bein Funkcheck, hört mich jemand? Ich hab ihn noch an der Kochzeitshöhe reingehauen Wo sind denn unsere Spezies? Okay Hat das Abseilen geklappt oder was? Und haben sie ihn runtergeschmissen Tragful, du kannst also das mal durchgehen bei allem Mann, ob da irgendwo noch was ist Ja, ja, die kommt gerade hier mit dem Stimius So, da hast du, ich steck von Schatz Und der Scharfschütze hat erwischt Schmeid da hin, danke dir Gut, Chris? Ja Hast du mit Grenier die Sicherung, ich gehe zu Kamilo Achtung, Schütze in der Tür Erledigt Danke Soll ich ein Flash reinschmeißen? Nein, nein Wir warten mal, bis die dahinten gesichert haben Ja Achtung, kommen wir durch Beuze Ja Auf der Richtung, äh, Richtung Nord-Ost könnte auch noch einiges sein Noch eine Wache Noch eine Wache Ah ja, mhm Gut, gut Okay Auf unserer Position auch, zwei Wissenschaftler Ja, okay, bestätigt Wir haben hier noch eine Wache drin Macht eine auf, einer schießt Eins und zwei bleiben hier Wir sichern die beiden Gehalte bei uns Bestätigt Wir sichern jetzt das Gebäude Kämpft Okay, das sind Sunny-Küste Okay, dann Sunny's Wein Ja, okay, Moment Rene, lass die Geißen mal, hier Die Sunny ist bitte einmal zu mir, ich hab jetzt zwei Mediküste Hier bin ich Die Sunny sind ja bei uns Ja, gut Super Links, ich rechts Lass meinen, lass mich mal probieren Ich hab da so ein Werkzeug dabei, vielleicht gehts da mit Ich bin da bei mir quasi auch eine Falle Und dann? Und dann? Und dann? Kann ich mal? Ich hab's aufgemacht Über's Ace-Menü ging's Okay Ja, ich hab das Symbol über's Ace-Menü nicht gefunden Ja, ich hab das Symbol über's Ace-Menü nicht gefunden Das ist rechts Das ist rechts Das ist keine Das ist keine Ich hole die zweite Ich hole die zweite Ich leg Beschuss rein, weiß das von wo, können wir uns langsam hier weg bewegen Moment, ich hole mir noch ein Fahrzeug Ich bin beschossen worden im Van, ich bin getroffen Sichtkontakt, Achtung, Feuer Und dann? Und dann? Ja Status, einmal durchzählen Eins, grün, grün Zwei, grün, grün Vier, grün Fünf, grün Sechs, grün Sieben, grün Vier, grün Vier, grün Vier, grün Sechs, neues Fahrzeug Grün Verschluss von eins, acht, nulllein, siebenn, null Ja, alles landet so, ne? Axel von rechts kann zu ansteigen. Letztes Fahrzeug rollt. Nicht uns folgen, nicht uns folgen. Das ist ein Feintrupp, da sind wir direkt vorbeigefahren. Fahrzeug erholt, aufsteigen und muss sich immer aufbauen. Die 50er-Belle besetzt. Was ist hinter dir? Guck mal. Ich habe gesagt, jeder, wer dahinter steht, ist selber schuld. Ach genau. Ja, jetzt hat er aber Ausfallfall zu machen. Er hat das angesagt, hat keiner was hinter dem Ding verloren. Ja, ich stehe im Fahrzeug, mein Lieber. Das steht schon die ganze Zeit da. Einer am anderen, wir gehen von der Eifern umschrauben. So, runter, dalle, dalle, dalle. Eins sitzt. Zwei sitzt. Zwei sitzt. Aber wir können hier auch gleich einsteigen. Zweifel, man. 200 Meter, 2 Uhr. Jetzt schieß doch. Fünf sitzt. Gut, dann lasse ich abschießen. Sieben sitzt. Ja. Ach sitzt, nach Flug. Baufradmenü starten. Ja. Der Pilot startet ja auch. Baufradmenü starten. Ja. Der Pilot startet ja auch. Da, da, das geht nach. Na halt, wir können hier. Wirklich. Baufradmanü starten. Vielen Dank.